Okay, äh, bereit. Bereit. Und Tai. Ausgezeichnete Arbeit. Zwei meiner Kollegen sind bereits aus dem Exil zurückgekehrt und hier können wir in Sicherheit agieren. Ihr plant, Balmora an die Republik zu übergeben. Ein Besatzer löst den nächsten ab. Aber wir beide wollen, dass das Imperium verschwindet. Wir haben dasselbe Ziel. Im Moment. Ihr braucht uns. Na komm, schlagen wir sofort zu. Ich will irgendwie blutrüstig sein. Wir müssen einander vertrauen. Genau. Und los. Wir müssen schnell handeln, sonst erkennt das Imperium, was passiert. Balmoras Stärke liegt in der riesigen Industrie hier. Sie hat Geld, politischen Einfluss und Militärdrohigen. Bis jetzt hat das Imperium die Industrie in Ruhe gelassen. Im Gegenzug für Waffen und Creditspenden. Sie sind also Kollaborateure. Industrie setzt ihre Freiheit, okay. Können sie uns nicht etwas spenden. Und? Wenn die Industrie imperiale Soldaten bewaffnet, ist sie unser Feind. Der Jedi hat recht. Nachdem ihr beide euch um diesen imperialen Beamten gekümmert habt, habe ich meine alten Bekannten in der Industrie kontaktiert. Sie wollen uns zuhören. Ihre Ressourcen sind von unschätzbarem Wert für den Aufbau unserer eigenen Regierung. Ich will, dass sie sich dafür einsetzen. Wie kommen wir an sie ran? Wie kommen wir an sie ran? Wie kommen wir an sie ran? Und los. Um was geht es? Direktor Fenn ist der Leiter von Troida und spricht für die anderen Firmen. Er möchte eine Abmachung mit uns aushandeln. Außerhalb von Sobrick gibt es eine alte Aufzeichnungskammer. Dort will er uns treffen. Es wäre gut, wenn ihr ihn überzeugen könntet, uns zu helfen. Ich kann sehr überzeugend sein. Es wäre mein Bestes geben. Und los. Ich bin sicher, ich kann diesen Direktor Fenn zur Vernunft bringen. Das Imperium beobachtet alle, die von Bedeutung sind. Fenn wird von imperialen Druiden verfolgt werden. Zum Schutz. Natürlich. Zerstört sie schnell oder sie erstatten dem Imperium Bericht. Dann ist alles verloren. Okay. Während eine Belohnung. Beides wertlos. Nämlich einfach eins und gut das. Ui. Ich würde sagen, wir gehen uns zuerst mal um Admiral Reserve kümmern. Also Wegbereitung zum Makarianischen Außenposten. Lassen Sie vorsicht auf. Oh Gott. Was ist? Luf hat sich verklickt. Ach so. Ja, ist ja keine lange Strecke zwischen den beiden Posten. Ach so. Nein, aber es ist nicht so, okay? Na, wunderbar. Und dann müssen wir von hier zu... Da runter. Okay. Per Aufzug. Per Aufzug. Wir können es ohne probieren, aber ich glaube... Ich glaube, es wird nicht so ganz funktionieren. Du hast überlebt, das ist etwas Wunderliches. Was? Oh, was? Wir sind falsch, ne? Ja. Also wir sind gerade Richtung... Wir sind gerade Richtung Fan. Hä? Also haben wir uns alle verkleckt? Okay, ja, ja, Luv, wir haben uns alle verkleckt. So sieht's aus. Funktioniert der? Nein, das oben steht. Ciao, Luv. Wie hast du das? Ach so. Oh Gott. Wir müssen in die andere Richtung. Ich bin sehr ungehalten gerade. Ich stelle mich auf den Aufzug an der anderen Seite, wisst ihr? Ja. Und er fährt einfach ohne Miss hoch. Ich bin drauf, aber es ist kein erster Aufzug, apparently. Das war nämlich damals nicht, als ich in GTA vom Aufzug getötet wurde. Der Mensch, der vom Aufzug getötet wird. Ne, 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 schau es so wieder. Ja. Ja, Pappo, gibt's den Bonus für das Anmorden von euch? Ja. 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 Das macht verpassen. Dann gehen wir jetzt wie so eine Welle der Zerstörung über die ganze imperiale Front drüber. Aha. Welche Quest? Bonus-Points. Hey. Ich weiß, Sie sind nicht schlimm. Ich Meinung nachzumachen. Hahaha Die Droiden kriegen ja auch von der Existenzkrisen Okay, jetzt steht braun Ja, und sind ja ein paar So, noch sieben Warte Warte Warum ich ganzes hier So, jetzt kann Admirats umgetreten werden. Bup! Nein, nein, nein! Du wachst es, mich zu treten, so Arsch-Druide? Ich dachte, sie hat keine Überlebenden, oder? Ganz genau. Nicht vergessen, kein Russisch. Erst mal Superheldenlandung hingehen. Nein, Luft. Tschüss, Luft. Du bist hoch neben mir. Nein, ich stehe neben dir. Bei mir bist du... Jetzt stehe ich unter dir bei mir. Was? Bei mir hast du gerade geschwoben. Bist du gerade geschwoben. Okay. Bei mir bist du hoch, Clan. Ja, bei mir bist du am Hochhorn, und plötzlich standen wir nebeneinander. Bei mir bist du hochgefahren, und danach hast du in der Luft geschwebt. Ungefähr eine Charakterhöhe über mir. High ground. Ich hoffe, das hat ihm wehgetan. Meinst du? Ja. Alter. Admiral. Admiral, stinkstiefel. Und los. Genug. Hier endet es. Wie ihr seht, seid ihr weit in der Unterzahl. Wenn ihr sofort umkehrt, gebe ich euch einen Vorsprung zur nächsten Fährenrampe. Es ist noch nicht vorbei. Das Imperium hat Balmora in der Hand. Die größten Waffen der Galaxis gehören nun ihrer größten Macht. Wenn die Republik darauf besteht, gegen diese Übermacht anzukämpfen, wird Balmora leiden. Wenn wir das Imperium besiegt haben, wird Balmora aufblühen. Als ob wir die Welt nicht eher zerstören würden, als sie euch zu überlassen. Okay. Höher. Dann bist du tot. Wie sie einfach sofort weggeschnetzelt wurden. Ein Satellitenverteidigungssystem mit freundlichen Grüßen von mir. Wie ist das für ein Anfänger? Adleraugen. Jungs. Sag mir, dass die anderen Adleraugen mich nur ignorieren. Nein. Alles klar. Hier bin nur ich und ein Haufen toter Imperialer. Seltsam. Die Adleraugen verlassen ihre Posten nicht. Außer um so netten Leuten für euch zu helfen. Offenbar hat der Hack perfekt funktioniert. Ich kann noch einen Befehl eingeben, bevor das System sich verriegelt. Sagt mir einfach, was ich... Nein, das darf nicht sein. Ihr Adleraugen werden exekutiert. Auf Befehl von Admiral Resea. Weshalb sind die Adleraugen eine Bedrohung für ihn? Ich wollte sagen, das kann ich verstehen. Sie werden hingerichtet, weil sie der Republik geholfen haben. Aber sie haben nichts getan. Ich war es. Sag es. Der Angriff hat bereits begonnen. Da ist eine imperiale Kommandoanlage. Kann sie nicht lokalisieren. Zerstören unsere Verteidigung. Setz das Satellitensystem ein. Befehl finden. Sende Konsole herunterfahren. Mardin Ende. Ich bin wirklich zerrissen, weil ein Haufen Zeug zerstört wird. Aber es geht hier um Leben und Tod. Wir haben nur einen Befehl. Wir müssen ihn einsetzen, um die Adleraugen zu finden. Nein. Tut es. Ich lasse keine Unschuldigung. Was ist das denn Nein? Die Adleraugen werden in der Okara-Druidenfabrik festgehalten. Keine Widerrede. Was ist denn keine Widerrede? Keine Widerrede. Ich lasse nicht mal würfeln? Nein. Wenn die Adleraugen noch leben, werde ich sie... Ich wollte sagen, ich werde alles Turms, was mir mal den Weg kommt. Okay. Ihhh. Ihhh geht's. Kein Würfel. Keine Widerrede. Ich wollte... Ich wollte deren Leben wegwürfeln. Ich glaube, das durfte es durch irgendwelche Gründen. Was seien es, weil der Bär mal noch 191 im Vorjahrigen gewürfelt hatte? Das ist keine Ausrede. Das hätte ich ansonsten sagen müssen. Ich lasse keine Unschuldigen sterben. Das war eigentlich auch so eine Würfelsache. Wahrscheinlich wollten die ganz genau sagen, dass genau diese Sache nicht schief gehen kann. Ich weiß nicht, wo die Forscher sind, aber wahrscheinlich sind die im Bereich... Ja, da ist Techniker. Sehr wahrscheinlich. Und da sind die Forscher, ja? Okay, gesehen. Das Schnellt ist wohl angegriffen. Wenn es ihr Rest ist? Ja. Ja, guck mal, wir sind da, wo wir vorhin gewesen sind. Das müssen wir nur halt andersrum abbiegen. Nein. Okay. Lauf dir durchreißen. Nicht ausrutschen. Ja, überlebt man nicht. Fluch, sei froh, dass man nicht wie bei GTA-Shop stehen kann. Das war... Ich hatte Glück, dass du uns wirklich gefallen warst. Huch! Boah, gerade eben habe ich einen halben Anfall gekriegt, wo der Aufzug plötzlich vor meinen Augen verschwunden ist. Ich springe da runter, plötzlich wird der Aufzug ausgeblendet. Tschüss, Lagerfeuer! Lagerfeuer! Tschüss! Es war nett mit dir. Das ist am Ende des Tunnels. Aber niemand hat uns gesagt, dass man den Tunnel hochklettern muss. Moment, ja, alles rechtlich, ja, okay. Wir müssen jetzt erstmal töten, gerade. Wir sind doch nicht in der Zone, das heißt, wir müssen nur als Tötung, was uns in den Weg kommt. Was sklaft da? Was sklaft da vor? Genau, die müssen wir retten. Eins. Slay. Slay. Da. Oh da! Tchoo! Easy! Perfekt! Tch! Einfach überrollt! Oh hier haben wir Zona! Keinen Überlebenden, ha? Keinen Überlebenden! Ja! Ihr habt uns gerettet! Ich hätte nicht gedacht, dass jemand weiß, dass wir hier sind. Die Imperialen wollten uns für Zielübungen benutzen. Wir schulden euch was. Das sind alle Klone, die sehen alle gleich aus. Und die Konsequenzen schicken! Das ist eine große Worte! Wurde! Und die Konsequenzen! Und die Konsequenzen! Was überleben denn hier? Nein! Okay, dann schnell Reise zu Koma der Mandinen! Wo ist der vegetiert? Vegetiert bei... Ähm... Käferstadt! Käferstadt! Okay... Ähm, Käferstadt-Kantina. Käferstadt-Kantina? Meinst du Farnel-Au... Farnel-Post-Aus... Ganz im Norden. Farnel. Farnel-Außen-Posten-Kantina? Oder bei Moran ist es Widerstands-Krankenhaus? Farnel-Außen-Posten-Kantina. Danke. Es war voll entsparwiert. Da kommen plötzlich Hexen einfach durch die Schaumauer gebrochen. Willkommen zurück. Das Satellitensystem wurde ausgeschaltet und die Schlacht ist vorbei. Ich habe schon einige intensive Einsätze hinter mir, aber das... Sagen wir einfach, die Käferstadt hat noch nie so gut ausgesehen. Wir halten das Imperium mit letzten Mitteln auf. Ich hätte sicher keine gefangenen Zivilisten befreit. Was? Bitte was, Junge? Ich glaube nicht, dass ich mich rechtfertigen muss. Ich tue, was ich will. Oh, das ist auch gerade so. Das war mehr Arbeit, als mir vorher weiß gemacht wurde. Und ich verdiene mehr Lohn. Es hat seine Vorteile, der Republik zu dienen. Berge von Credits gehören sicher nicht dazu. Du mieser Drecksack! Nehmt sich ja so ein bisschen bleis aus. Vor Wut. Ich will Geld. Und Flirtoption. Aber wir kriegen keine. Aber das Satellitensystem hatte uns bisher davon abgehalten. Ich würde euch gerne schicken. Ich werfe mal einen Blick darauf, wenn ich Zeit habe. Es mag ihn nicht. Ich will den Weg, dass ihr euch auf den Weg macht. Er wird euch erwarten. Ich muss mich jetzt wieder um die Truppen kümmern. Wir sehen uns sicher bald wieder. Hoffentlich ist es nicht. Ganz genau. So, jetzt. Keine schnelle Reise rüber zu unterer Makarainische Außenposten. Ich meine, er will sie wisten stellen lassen und bezahlt uns nicht einmal. So, jetzt können wir den Aufzug nehmen. Genau. Nein, Bermut. Nicht ohne. Au. Hi. Ich bin dann nach die Wand runtergelaufen. Das war 2%-Fahrt, dass die Dorn-Bermut ist. Ah, okay. Das ist so quasi der Außenposten, wo wir knallhart in die Fresse kriegen. Ja, wahrscheinlich. Hello there. Ich bin dann. Oh, okay. Becke. Becke Talroth. Weil wir unsere Aufmerksamkeit auf die Stadt Zobrig gelenkt haben. Sie ist zur Zeit das imperiale Hauptquartier hier. Warum beschützt ihr nicht zuerst eure Familien und Häuser? Wenn wir das Imperium aus Zobrig vertreiben, wird man es auf Balmora als Zeichen sehen, dass die Besatzung bald vorbei ist. Colonel Maric ist der höchst dekorierte Offizier in der Balmuranischen Miliz und unser Mann im Imperium. Unsere beste Möglichkeit, Zobrig einzunehmen, ist ein Luftangriff. Wir müssen im Raumhafen landen und sie überraschen. Unser Transportschiff ist ein altes republikanisches Modell. Es fasst genug Männer, um das Imperium herauszufordern. Aber der Raumhafenschild deaktiviert alle nicht-imperialen Schiffe und es ist niemandem je gelungen, ihn abzuschalten. Balmora ist kein sicherer Ort. Wenn man willkommen ist, dann schreit wir nicht. Aber ihr seht ja, warum alle um den Planeten kämpfen. Wir sind glücklicherweise an den Troider-Disruptor gelangt. Ein Waffenprototyp, mit dem man den Schild von Zobrig durchbrechen könnte. Das Imperium hat Notsicherungen eingebaut und der Troider-Disruptor wird nur ein paar Minuten lang funktionieren. Zum Glück reicht uns das. Aber um die Waffe zu aktivieren, braucht man ungefähr so viel Energie wie für den Start eines Sternenzerstörers. Und die haben wir nicht. Der einzige Ort, wo es Superenergie gibt, ist das Energiegitter von Zobrig. Mehr Generatoren findet man sonst nirgends auf Balmora. Zobrig. Wow. Ihr müsst doch in eurem Widerstand einen Soldaten oder Techniker haben. Die meisten hatten noch nie einen Blaster in der Hand. Unser einziger Vorteil in Zobrig ist unsere Überzahl. Unser einziger Weg hinein seid ihr. Das Imperium erwartet einen Angriff und hat vollbewaffnete Gardisonen bei jedem Generator stationiert. Wenn ihr an ihnen vorbeikommt und Energie von den Generatoren abzweigen könnt, aktivieren wir den Troider-Disruptor und brechen durch den Schild von Zobrig. Sogar ein Kind würde das hinbekommen. Werdet bloß nicht anmaßend. Vor kurzem hat das Imperium auch euch blockiert. Nein, hat das nicht. Ich überwache von hier das Energiegetast und kontaktiere euch, wenn alles bereit ist. Viel Glück. Ich schicke ihnen trotzdem Spam-Mail. Ja. Gut. Ich gehe mal kurz Pippi machen. Tu das. Ich bin sofort wieder da. Geht klar. Dann holt mir was zu trinken und bin sofort wieder ab. Auch du, tu das. Ich bin wieder da. Willkommen zurück. So, dann machen wir es auf. Gehen wir mit den Töten. Genau. Wir machen es auf nach... Was immer draußen ist, als erwartet. Du kannst ja keinen Transport benutzen. Wett. Ah ja, der Hangar ist zu klein. Unglaublich. Guck mal, guck mal an. So, dann bloßt ein... Punkt ist sogar noch der... Punkt. Der was? Ah, ich sehe, ja. Du warst schon. Ja, sehr, 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 sehr laut. Ich muss die Effekte noch ein bisschen runterdrehen, glaube ich. Der Typ ist ein Blaster, aber ist gerade ein bisschen zu sehr abgegangen. Nehmen wir noch ein paar Prozente runter. So. Paraptor-Quest, jetzt. Ah ja. Genau. Diesen Wort suchtest du. Wir müssen noch im Breale Truppen töten. Das wird unterwegs unvermeidbar sein, fürchte ich. Ja, hier, guck mal. Okay. Ja, guck mal. Okay, dann sagt mir dieser komische Riesendroide hier geblieben. Guck mal, da sind die nächsten Truppen. Ne. Da. Da. Das sind die Riesendroide. Das war gerade